Er hat gar nicht aufgenommen. Verdammt. Guten Morgen. Es ist Sonntag, der 18. Oktober 2015. Ich sollte laufen gehen. Der Schweine umkämpft doch mit mir. Meine Umwandt, morgen Geburtstag, am 19. Und wir feiern heute, weil... ...an dem Montag ja nicht so viele Leute kommen können. Wir gehen Mittagessen und zum Kaffee sind wir dann alle bei ihr. Viel aufnehmen wäre ich da auch nicht können. Kriegen alle gleich Panik, wenn sie eine Kamera sehen. Ich will nicht ins Internet. Nach den letzten 28.000 Tagen Regen fühlt sich der Waldweg ganz schön doof an zum Laufen. Nehmen Sie es auf. Dann könnte es auch so ein Running-Gag werden. 3,8 Kilometer, 25 Minuten. Dann kam nicht so recht den Tritt. Warum? Keine Ahnung. Musik » Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020